Musik Ich weiß, dass ich Schlüssel brought den kann. Weil ich es nicht bleiben kann, wenn ich einfach von denen, wo ich wild werde, ohne zu wissen, wie er es geschossen hat. Das fäng ich richtig, hier scheinbar. Es ist ab dem Gebäude, es ist ab dem Schüssel zu beobachten. Ja, ist gut, man. als Gegner absteigen so der Fall einiges an Geld er meint mit dabei neunhundert und ja die haben wieder einen Kill gemacht wunderbar Vorsicht Gegner Gegner so ich hab's grad auch gesehen ne Moment von was ist der Sturm von was ist der Sturm ich glaub der hat grad Slash Kill gemacht kann gut sein das hier war mein Schwein so ey oh guck mal das Gebäude hier an boah was oder? das fällt gar nicht auf sogar mit Kamin und allem das nehmen wir mal mit ok so also weiter oder? ja es wird sicherlich sehr interessant an der Frogs zu ja was da los ist auch vor allem wo es bisher so aussieht als sei dort kein anderer und die Frogs Zones sind uns mit Vorliebe im Wald das sei so in jedem Fall da war auch auf meiner Wüste genau weil es ist irgendwie in der Zeit seit dem Spielen irgendwie 80 Prozent im Wald ja könnte man so sagen oh wir müssen beim nächsten Mal rechts ja hab ich schon gemacht komm ey wo bin ein Schwein wieder weg ok der erste hat die Frogs Zones aus unserem Team nein aus Nightmare ja oh ich dachte nur gemeint weil der Name auch Grau ist oh aber unser Name ist Dose auch genau um kurz ach wir sind ja in Power Ranger reingegangen ne ja genau und nicht in Meinen dann mehr oh rechts scharf da scheint der Arzucker in dem Wald da vorne 172 155 das könnte hinkommen ich glaub das ist auch mit der Berggruppe mal gucken wie weit wir oben mit dem Schwein hochkommen ja die sollten uns hier so in der Deckung tragen meint sie jetzt abspringen und umgekommen da ist die Drops auf hör was Achtung komm runter da oben ist die Drops auch nicht so soll ich Geschütz rausholen oh ja warte aber nicht hier warte ich lenke ab ich lenke ab oh das war ich wunderbar abgelenkt er ist auf jeden Fall verwirrt ja ich hab die Dropzone Vorsicht Geräusche kommen aber auch von rechts wollen wir da hin sprinten und schnell das Geschütz aufbauen lass es hin sprinten sprinten kann ich kaum weg dich komm schnell komm ich komme komme aufbauen ich hab meine Granate ja schmeiß oh ich hab ihn gekillt one hit ich mag die Schrotten ich mag die Schrotten hey soll ich zu Granate werden oh look oh hast du die Granate gewinnt ja ok aufbauen du ach ich zieh okay ich bin hinter dir okay ihr Patern ist wieder da oh der Server laggt okay ich bin drauf Welten ist der Server laggt wie weit sind wir weg 1700 das geht doch also bei mir stottert der Server komplett auch bei mir geht's bei mir ist alles stehen geblieben äh ich höre Schüsse ich hab gerade geschossen aber ich weiß nicht ob wir das ist eine Kiste wir mussten uns hier erst mal ausrüsten und dann zu Dropzone ja oder scheint irgendein Fehler zu sein ich mach mal kurz den Cut und schnatt den zumal also mein Mann ich hab immer die Froth so jetzt steht da mein Ami wieder ja ich steh neben dem so wir haben auch noch 10 Minuten Vorstellungszeite wunderbar aber wie gesagt aber wenn der weg ist ja ihr habt jetzt ja schon mal die Dropzone gesehen dann muss man halt 8 Minuten überleben und dann kommen da paar Kisten von mir und dann sage ich was vielleicht genau manchmal ist was gutes drin manchmal aber auch nicht es fehlt aber auch Shops wo man sich mit Geld was kaufen kann genau und die Map wird regelmäßig das sollte man vielleicht auch wissen jede vier Stunden alle vier Stunden das hat uns nämlich schon mal den etwas geärgert sag ich mal so oh wir hatten nämlich ähm ja ne kleine Base ganz kleine ne kleine ist gut zwei, drei Häuser ja ey kill ey kill Zeitüberschreitung was Zeitüberschreitung was Zeitüberschreitung ich hab nen Kill gemacht ah die Waffe ist richtig laut ich stehe unter Beschuss ich stehe unter Beschuss ich weiß nicht von wo ist immer ganz ungünstig ähm kleiner Tipp von mir falls ihr unter Beschuss steht und nicht wisst von wo flüchtet euch in ein Gebäude hallo Ulrich wieder im Server drin ok ich hab nen Teamkollegen gefunden so jetzt wah 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 ich verschiss das sofort ja ein so da bin ich wieder und das ging auf halt mit Schüssen los ich helf dir mal ich hab kein Problem du da hinten ja bist du ich hab ne Mosin Agent ohne Munition deshalb sinnlos äh ich hab ne Schroff wieder wollen wir zurück zur Dropzone ja wir haben jetzt nicht die geilsten Sachen ne nö aber ich hab ne Schroht also wollen wir ich will Schroht für meine Schroht äh ich möchte noch ja ein bisschen Muni könnte auch nicht schaden das ist so ne Stadt wo ein Händler drin ist oder ich nehm hier eine UMP weil für die hab ich verdammt viel Muni ja dahinter liegt noch mehr nehm ich drei Stacks jetzt bräuchte ich nur noch Brot so ich glaub wir kommen auch gar nicht mit Dropzone weil wir vorher aufhören mit vorstellen auch 1500 Blöcke das könnten wir schaffen meinste? also bei mir muss es eigentlich ein bisschen länger sein weil ich ja halt gefeigt habe ja 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 ja